Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Wir gehen jetzt mal eben durch diese Tür. Ich will nicht, aber egal. Das interessiert ja hier nicht. Ach, du kommst mit? Das finde ich ja schön. Darf man hier lang? Ich will erstmal was sehen. Dass hier irgendetwas zu holen gibt. Äh, ja. Welche Tür nehme ich denn jetzt? Nein. Nein. Ja. Ich weiß. Vielen Dank. Ist kaputt. Gut. Noch etwas hier hoch. Oh. 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 Äh. Ja. Keine Ahnung. Oh. Es musste ja diese auffällige, kokische, klobige Tür sein. Es konnte nichts anderes sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber mit den Speicherpunkten. Ich komm da immer noch nicht drüber hinweg. Äh, äh, haben die ja ein bisschen gegeizt, muss ich sagen. Ja, kann das sein. Oder ich bin schon an mindestens zwei vorbeigelaufen. Hä? Wo soll ich denn jetzt hier? Kannst du da hoch? Was? Eine ganz normale Bühne. Nichts daran ist seltsam. James, hier ist alles seltsam. Kann ich auch hinter den Tresen gehen? Da sieht nichts aus, ne? Nichts daran ist seltsam. Er ist voll optimistisch. Hier ist alles gut. Mm-hmm. Ja. 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 Vogelperspektive, oder was? Einen? Einen? Ach, schade, ich dachte gerade schon... Ach, da ist es ja. Over there! Was ist das? Wo läuft die da rein? Ein Krankenhaus. Hehehehe, na! Ey, na, 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 na. Jetzt will ich aber wirklich einen Speicherbogen. Komm! Was ist denn das für eine kleine Rotzgerei? Wo führt ihr uns denn hier hin? Maria, du musst mal bitte gehen. Ich glaube, ich möchte auch mal langsam... Viel ist das ja nicht, ne? ... 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 kaputt kaputt alles put drehst du dich mal bitte um dankeschön ich will hier gleich keinen herzinfarkt kriegen kaputt äh ja und nun oh james Ich bin jetzt ganz durcheinander, weil ich in einem Treppenhaus. Ich bin in einem Treppenhaus. Ich bin jetzt ein 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 Treppenhaus. man für die braucht. Ist ja Wahnsinn. Und da liegt was. Ja, dankeschön. Gut, okay. Ich würde sagen, wir gucken im nächsten Part weiter, wo wir lang müssen und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und wenn ihr mögt, schaltet beim nächsten Part wieder ein.